Okay, alles klar. Warte, warte, nur eine Sekunde. Drei Monate ohne Fund. Ja, ja, Moment mal, aber wir haben doch... Commander! Das muss Lazariewicz sein. Dieser Mann hat Artefakte an Standort 5 gestohlen. Dafür hast du mich betrogen. Nein, Soran, ich kann es erklären. Nein, das ist nicht nett. Ich bin umgeben von Betrügern und Idioten. Sollen wir ihm den Tag mal richtig fassauen? Okay. Wird bald! Sucht alles ab! Na los! Okay, auf geht's! Jetzt bist du dran. Ich deck dich von hier. Oh, Mann! Schmer** Janupen Das ist wiederematic. Vielen Dank.